damit servus und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play outlast genau wir haben eine neue aufnahmesession und ja wir sollten jetzt in die duschen fliehen oder einen anderen weg in die duschen finden wir ja ich gucke schauhasse schauhasse mhm ein fail kannst ja da unten nicht kriechen das war ja auch wieder 10 was denn? die maus hast du zum öffnen? das sind zähne ja da ist nichts ich weiß es nicht du hast doch mit zwangsjag ja was ist mit dir? für labertote 2. janu 9.30 6.30 5.40 6.20 7.30 6.30 Lass mich, ich guck doch nur. Lass mich! Ach hier, guck mal, da sitzt einer. Der hatte davon seine Hand. Ist gar nicht gut gekriegt, oder? Ja gut, also hier scheint es nicht nachzugehen. Hier geht es nicht rein. Na, aber ich glaube, du musst... oder hier rechts. Von da bist du gekommen. Da, ist schon. Sehr schön. Ach man, das nimmt sich immer alles zu. Ja, also doch, leider. Ja. Da muss irgendwas sein, oder? Ja. Die Duschen sind... Einen Weg in die Duschen solltest du finden, oder? Ja, einen anderen Weg. Vielleicht kann ich hier rumklettern, bitte mal. Ja, hier ruf die Betten, oder? Genau. Ich versuch dich in der Liebe. Ja. Schmerzt das, Schmerzt. Geht den. Ja okay. Ich versuch durch die Tür erst mal zu öffnen. Zu den Tüken? Nein, dahinter! Das wusste ich gerade. Da macht sich doch aus den anderen drinnen. Dankeschön! Du bist einfach mal wieder ein kleines Schockenheit gekommen. Du bist doch bestimmt auch derchen Hals, oder? Da verstehst du? Du bist doch viel mehr in den aufschwunden und ergeben den Blüsch. Das ist der Moment sofort. Das ist der Moment ein Lüftelmann auch. Das ist euer Akten. Du bist kein Wälder. Man muss ja nur noch, ey. Ach hier, die Treppe, genau. Das ist doch richtig. Ich stoere alles richtig. Bam. Geh weiter. Was? Geh ab. Du schädiger. Was ist mit dir? Wir sind ein bisschen krank, oder? Der hat sich versteckt. Toll, deine Tür ist offen, mein Freund. Du könntest theoretisch raus. Was? Das ist nichts. Aha. Also, folge dem Blut. Ich glaube, da liegt Urinal. Urinal? Urinalbrin. Wieso klappt das nicht nur mit dem festhalten? Wie sieht es kachelig aus? Auf der anderen Seite sah es blutiger aus. Das war nur Duschen. In der anderen Seite waren aber die Duschräume, glaube ich. Oh, versteck nicht. Das war ja die Abgestützungsseite, glaube ich. Das war ja auch die Abgestützungsseite. Das war ja auch die Abgestützungsseite. Das ist ein Loch. Ach, das Sau ist ja nicht in der letzten Episode einer reingeripft. Aber dringend. Okay, da müssen wir wohl hier rein, oder? Da würde ich fast brauchen. Na gut. Okay. 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 Hörst du? Hörst du? Na klar. Klingt nach dunklen Ritualen. Dunkeln Ritualen. Hm. Ziel. Ein Weg aus der Kanalisation. Einmal ein bisschen auf sogenannten Städten. Ich glaube, da geht es nicht lang. So wie am Anfang. Sonst steht das auch noch vor. Das ist bloß Müllmann. Immer anders weiter. Na, springt der? Springt der? Nee, macht er nicht. Der ist tot, glaube ich. Werde ich gleich mögen. Du musst schon vorher eine halbe Stunde nicht immer bücken. Du bist auch so eine Autofahrerin, die überhaupt schon eine halbe Stunde vorher, bevor sie abbiegt, blinkt, oder? Nee. Immer eine halbe Stunde. Kannst du nicht durchquetschen, und du kannst auch durchlaufen. Ich glaube, hier verfolgt mich nachher irgendeiner. Oh. Oh, da liegt eine Akte. Da ist keiner. In die Ecke kannst du auch noch nicht gucken. Natürlich kannst du in die Näge gucken. Doch. Nicht, wenn du den Kopf bewegst. Doch. Mann. Okay. Okay. Quetsch ich da erstmal durch, Mann. Du Schwein, du kleine Schwein kommt jetzt wieder. Ich speichere jetzt schon mal was Positives. Drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Das ist ein teuer Plan. Wo sind wir? Bei dem gelben Punkt mit Sicherheit und bei dem Orangen sind die Ventile. Ich würde sagen, du hast dich da gerade durchgequetscht. Hm. Boah, hier war was. Das habe ich schon gesehen. Okay, verdammt. Ich glaube, da kommt der Dicke gleich wieder an. Da. Da sieht mich. Da sieht mich. Was ist denn da oben? Da drehe ich doch mal um. Warte, da guck doch mal, ob er überhaupt wieder herkommt. Ja. Gucke ich, wenn er runter ist, aber es ist zu spät. Wird es hier gar nicht zurückrennen dürfen? Naja, der kann da nicht durch. Aha, der kann nicht so ein bisschen zu kaputt flurren, ja. Nein. Siehst du? Ja, das weiß man aber auch nicht. Woher? Das Problem ist ja, du musst ja hinten lang. Oder eh. Naja, da musst du ja, wenn du die Ventile abgelassen hast. Ich bücken, da bist du langsamer. Was ist denn? Lauf vernünftig, der steht da nicht. Ach so, da dreht er seine Runden, glaube ich. Ja, dann rinne mal ein bisschen. Im Stehenlein passiert da nicht viel. Du kannst ja gleich spielen. Ein Schrag ist ja gut. Mach die Tür zu. Ja. Das ist nichts. Das Ventil ist aber da. Aber jetzt auch kommt nichts. Ich geh rein. Geh rein. Ich glaube, der kommt nicht. Hör doch. Stimmt. Oh, da ist er. Du bist diesmal im linken Schrank. Mal gucken, ob er wieder nur den rechten öffnet. Wie die letzten zwei Male. Hier ist keiner. Ja. Nein, nein. Wenn er den Schrank... Nein, nein. Rausbrennen. Gleich jetzt. Dann weg. Ja, aber er schmeißt sich ja gleich. Kannst du denn nicht weg? Nicht die Kamera so verbackeln. Siehst du? Lücken. Lücken. Kratsch. Jetzt an. Okay. Oh, der hätte sich irgendwas rausgezogen, glaube ich. Mal gucken. Ich hätte das dann aber nicht mehr angucken können, glaube ich. Woher nur die Kamera. Also nochmal da hin. Diesmal den linken Schrank. Geh, geh, geh. Geradezu. Geradezu um den rechts. Dein nächster halt. Renn, renn, renn. Nicht stehen bleiben. Nein, rechts rum. Oh. Die Kamera weg, das ist eh genug. Okay. Die sind in den linken Schrank. Der ist leer. Da solltest du ohne die Tür nicht unbedingt rein. Diesmal nimmt er sich den rechten. Na klar. Ja. Ich dachte jetzt schon. Boah, sah echt so aus. Aber vielleicht benutzt du ja auch beide. Vielleicht hättest du dich hinten in die Ecke verstecken müssen. Okay. Wenn ich gleich hochritte, nimm schon mal die Kamera in den Anschlag. Äh, okay. Okay. Da hat er dich eben reingeschmissen. Hopp. Jetzt gar nicht mehr. Und verklappert sich aber drüber. Renn! In die Ecke, oder? Kommt gar nicht. Sicher? Auf jeden Fall hat er sich umgedreht. Doch ey. Ja doch. Hier ist aber keiner. Ist das so? Vor allem weil es auch keinen anderen Weg gibt. Kann hier keiner sein. Na dein Ernst jetzt? Ja. Und drehen? Ja, ich lebe auf dem Boden. Und drehen. Rücken und springen. Und erstmal wieder weg meinst du? Ja. Ja. Quasi erstmal sicher irgendwie. Guck mal, kannst du nach links gucken? Aber komm. Ja. Ah, da geht er schon zurück. Gut. Wie gut es geht. Puh. Ersten haben wir. Er ist mein Tiergerät. Er ist ja vorne noch links abgebogen, ja. Da. Also noch da. Ist der nicht in nach links Richtung zu den Kisten, oder? Hier quasi? Theoretisch ja. Soll ich ihn mal durchquetschen? Ja. Soll ich ihn mal durchquetschen? Da muss er ja auch durch sein. Ja, soll ich ihn durch. Guck mal. Da sollte er durch. Guck mal, kannst du dich auch bestimmt verstecken. Ja, dann klar ist der gleiche. Ja, stimmt. Da ist er irgendwo. Da ist er irgendwo. Da ist er oben. Wo komm ich da her? Von da drüben bist du willkommen, wo er jetzt sehen läuft. Also kannst du theoretisch. Links. Oh, Sarkasse, Sarkasse. Genau da. Oh, ich hatte dich gehört. Du kannst dich da unten durchlassen. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um und auf rückwärts. Da steht er. Dreh dich mal um. Guck mal, ich kann ihn überhaupt weg. Ich frage, ob da das zweite Ventil ist, was du brauchst. Zumindest eine offene Tür. Diese Musik! Wieso geht die Musik nicht weg? Das könnte bestimmt viel Geld von da haben. Ja, guck mal, hier ist es doch. Yay! Was ist? Errungenschaft freigeschalten. Durchgespült. Guck mal um links. Hier ist nichts zum Verstecken. Ich geh wieder in das Luft. Ich hasse es. Ich glaube, hier kommt er gar nicht hin. Ich glaube auch durch diese Balken auch, weil er da schon stehen geblieben ist. Kannst ja mal gucken, was da gerade zu ist. Kommt er bestimmt gleich. Tatsache. Da ist er, da ist er, da ist er. Und ich bin weg. Tschüss. Wie schön mit dir. Ups, oder? Dass du dich immer schon so früh bücken musst. Du bist langsamer, wenn du dich bückst. Nein, lass mich wieder hin. So, da kommt er gleich zurück. So, und jetzt? Jetzt müsste es doch fertig sein, ne? Jetzt musstest du wieder zum Eingang zurück kommen. Sprich mal dazu. Da drüber hin. So, und dann rechts, 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 rechts. Dann links die Leiter runter. Jetzt zerrt er dich gleich hoch. Und das tut weiter. Machen wir mal einen Cut und dann bin ich gleich weiter. Okay, wir verabscheuen uns. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.